Hey Freunde! Wir spielen wieder weiter! Genau, wir sind hier stehen geblieben, an dieser Stelle genau. Wo wir in diesem Raum waren hier? Ja, ich weiß gar nicht, was das hier soll. Das sieht aus wie ein Folterstuhl. Ich schätze mal, dass hier... Hier soll doch bestimmt nicht drauf schlafen. Wir sind doch kein Gefangenen. Ja, wir sind jetzt in diesem tollen Raum eigentlich trotzdem gefangen, ja? Wohl bemerkt. Ähm... Ein bisschen jetzt warten, weil... Man hat es eben gerade gehört, die Basis wird angegriffen. Keine Ahnung, von irgendwas, wahrscheinlich von den Combines. Ist ja später so Half-Life-Story-mäßig hier. Äh, ja. Und jetzt müssen wir hier warten, Freunde. Und das mag ich ja gar nicht. Und vor allem, ihr mögt es ja auch nicht. Wir kacken jetzt ungelungen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Also allein jetzt ist es schon wieder bis eine Minute ungefähr vorbei. Äh, aber insgesamt hat man hier, glaube ich... Oh, aber insgesamt hört man hier, glaube ich, über zwei Minuten in diesen Raum und hört irgendwelche komischen, explodierenden Geräusche. Das finde ich total dämlich. So, Freunde, jetzt haben wir das aber wenigstens geschafft. Und hier ist jetzt ein Rätsel. Da dachte ich am Anfang auch, öh, ist denn das wie ein Scheiß? Ist ja wieder abgekackt hier, kommt es nicht weiter. Ne, 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 hier ist tatsächlich ein Rätsel, was sich sogar lösen lässt. Also, ist nur ein bisschen scheiße, war Freunde, dass ich hier, dass ich, äh, ja schon, dass ich nicht mehr blind spiele. Uh, da hängt es jetzt fest unter. Ja. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber kann ich nun leider nicht ändern, weil das Game nun mal so streikt, musste ich das hier alles schon mal irgendwie angespielt haben. So. Wow. Habt ihr was gesehen? Okay. Ja. So. Seht ihr das? Ich hab hier ein komischer Brechstang in der Hand. Obwohl ich die gar nicht nutzen kann. Oh, ich muss aufpassen, die sind Man-Hacks überall. Was ist hier eigentlich jetzt? Ah. Okay. Ich brauch doch keinen anderen Schieter. Äh, ja. Ich sollte mal mich ein bisschen besser in der Umgebung umgucken. Die Brechstang kriegt man ja doch. Schön. Okay. Dann kann ich ja doch die ganzen Man-Hacks da kloppen und so. Schön, schön, schön. So, hier ist... Ah, hier sind wieder Man-Hacks. So, kommt her. Lasst euch nicht zu viel Zeit hier. Ja. Jetzt kommen wir hier unten lang, wo, ähm, der Rebell vorn stand. Kommen wir jetzt hier endlich runter. Weil er jetzt tot ist. Ja, toll. Warum haben wir uns auch immer hier nicht unten runtergelassen? Hier hätte man doch tatsächlich was verstecken können. So, wir sind hier angekommen. Ah. Eine Munitionskiste. Was auch immer. Ein leerer Raum. Noch mehr Kisten. Gut. Hä? Okay, der hat aufgehört zu brennen. Was ist das hier für ein Raum? Ich kann mich aber nicht mehr so ganz ents... Aha! Ich kann mich aber hier nicht mehr so ganz entsinnen, Freunde. Ja, was hier passiert ist. Also, euch nicht wundern. Ihr habt es doch schon mal gespielt. Denkt euch doch. Nee, ja, habe ich. Aber, äh, ich hab schon wieder vergessen. Weil das Spiel mich nicht wirklich so sonderlich gereizt hat. Also, ja, mein, wenn ihr das Spiel würdet, würde es euch auch ankotzen. Ich glaube, das würdet ihr gleich wieder deinstallieren, weil es sich gar nicht spielen lässt. Ja, ja. Achso, ihr wollt aber sicherlich auch noch wissen, was das immer für ein Scheiß-Geräusch ist. Das weiß ich noch. Das ist hier irgendwie... Hm. Ist dieser komische Generator hier drin? Und dieses komische Ding. Ja. Keine Ahnung, was das hier für einen Sinn hat, dieser Raum. Aber auch egal. Wir gehen nämlich weiter. In ein... Eine Höhle. Oh. Früher dachte ich immer... Also, wo ich das das erste Mal gespielt habe, dachte ich, man braucht diese Explosionskisten, die ihr vorhin gesehen habt. Hierfür aber... Oh, braucht er gar nicht. Kann man hier mit... mit diesen... Mit der Brechstange kaputt machen. So. Schnell, schnell, schnell. Nein, wir sind nicht auf der Flucht, ich weiß. Eigentlich schon. Doch im Game sind wir auf der Flucht. Stimmt gar nicht. Ah. Mann. Okay. So ist gern. Ah, was ist denn mit dem? Ja, schön. Hm. Lass den mal zerhacken von mir. Der Brechstange. Ah, hier ist ja gar nichts. Gehen wir mal weiter. Durch das Labyrinth. Ah, von hier kommen wir doch... Ja. Gut. Ich hab nichts gesagt. Wir gehen mal lieber weiter. Ah, da steht bestimmt... Ne, da steht nicht mehr auf. Ich glaube, der ist bedient. Alter. Alter. Mann. Du kleiner Scheißzwerg. Okay. Eine Tür, die nicht aufgeht. Wir gehen weiter. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Eine Bierflasche. Ne, da hätte auch Saft drin sein können. Ja. Ja, ja, genau. So. Was ist hier? Das ist mal ein Zombie. Der hört sich mal an, als wenn sie röpsen. So. Jetzt ist die Tür hier bestimmt offen. Mensch, ich kann hell sehen, Freunde. Das ist mal wieder in einer großen dunklen Höhle. Ah, Strom. Okay. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann geht's nur hier hoch. Und das geht in einer weiteren Höhle. Und ich hänge fest. Okay, doch nicht. Hm. Kanalsystem. Okay, kommen wir nicht weiter. Ist ja, ist ja sehr schwer, wenn es nur zwei Wege geht und eine davon ist einmal abgesperrt. Ah. So, jetzt sind es bestimmt mehr, oder? Ob. Okay. Hoch abgesperrt. Dann ist es nicht besonders schwer. Ist es schon fertig? Mensch, ist ja richtig das Hammer-Gedsel, ey. Muss ich mir ja richtig meinen Krips noch anstrengen hier. Nicht weiter. Oh, hier. Mensch, noch ein Lade-Screen. Haben wir doch tatsächlich noch eine andere Map? Naja, dann ist es doch wirklich nur ein Kapitel eingeteiltes Game. Oh, Freunde, wenn wir das hier fertig haben, dann freue ich mich schon auf die nächsten Mots. Oh. Das sind doch tatsächlich dann auch... Oh, Scharfschlüsse. Schnell, schnell. Wenn er schon gerade noch Ziele hat. Ne, auf die nächsten Mots freue ich mich schon, ey. Das sind welche, die mich selbst mal interessieren. Die werden euch auch gefallen. Ganz sicher. Weil eins davon... Ach, das erzähle ich euch später. Wenn ich das endlich habe, dann erzähle ich das euch. Woher ich die schon kenne. Die habe ich schon mal gespielt. Aber nicht auf einem normalen Weg. Ist auch egal. Wir sind jetzt noch hier. Was mit denen? Hä? Hä? Was ist denn hier? Oh, Mann. Was? Boom! Oh Mann. Der Dastand. Oh, oh, oh. Sieht aus wie ein Kraftwerk hier. Das lässt mich doch oft bloß schießen. Ah, wir werden sehen. Oh mein Gott. Woher wusste ich das bloß? Vor allem mein Rohr ist komischerweise nur das einzige Rohr, was hier noch offen ist. Da hätten wir auch einen Gang, ich weiß. Aber ich will jetzt mal kurz gucken. Was hier ist? Okay, hier ist gar nichts. Außer diese Kisten. Was steht hier? Aha. Oh. Nyeh, 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 nyeh. Scheide aktiviert. Oh. Jetzt werden wir schon kurz gucken. Ein Clou. Kommt her, hier ist Link, kommt man jetzt. Ja genau, stellt euch hintereinander. Das ist gut. Da verbrauche ich nicht ganz so viel Munition. Was? Alter, Freunde. Freunde, guckt euch das an. Dieser Haken hat gerade die übelst fette Stahlbetonmauer zerstört. Dieser kleine Haken. Mit dem Schwung hier. Alter. Die hat doch mindestens einen Meter Durchmesser. Die Wand. Und dann noch Stahlbeton. Alter, das ist krasser. Krasser Scheiß. Harvok-Physik. Ja, ich habe den Hubschrauber bemerkt, aber ich wollte auch. Hier, friss das. Ja, ich müsste es schon sehen, mein Freund. Ja. Was heult's nur so? Das war's, mein Freund. Haha. Oh, ein Geheimversteck. Okay, hätte ich Muni holen können, was ich gar nicht brauche. Also, wenn ich ihn gleich beim ersten Mal weggenatzt habe. Den Pisser. Ja, ja. Was denn hier? Gar nichts mehr los? Haben sie alle Schiss gekriegt. Jetzt habe ich einen Raketenwerfer. Jetzt hauen sie es halt ab. Nein. Ich glaube, ich erinnere mich dunkel an das. Na ja, wir werden es ja gleich sehen. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay, das ist bloß normale Stromleitung. Okay. Hier ist nichts. Hm. Okay. Gut. Äh, dann gehen wir jetzt ins Haus, ja. So. Hier ist ein großes Problem, Freunde. Ja, das ist nämlich mein Problem. Ich weiß nicht, wie gesagt, es ist ja so aufgeteilt von wegen, dass die Maps hintereinander, nachdem sie hergestellt wurden, hochgeladen werden. Da der Mod aber wieder, wie immer, ist schon und nichts mehr rausgebracht wird, vermute ich auch, dass das hier eigentlich ein Map-Change sein sollte hier. Ab hier oder so. Ja, und hier ist das Ende, weil ich kann es euch zeigen, hier komme ich nicht hoch, aber ich habe, okay, ich habe jetzt gerade keinen Clip drin, das ist egal. Hier oben steht ein Rebell. Man sieht den vielleicht. Nee, man sieht ihn nicht. Und der würde wahrscheinlich runterkommen, aber ich habe keine Ahnung, also ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Also ich wüsste hier nicht, was es hier geben sollte. Es geht hier auch, gibt ja auch keine Ecke, wo du weiter könntest. Die Tür sind alle zu. Wie gesagt, da oben ist dieser Rebell, der eigentlich wahrscheinlich runterkommen sollte. Die Tramme kannst du nicht hochgehen. Es ist hier eigentlich nichts mehr. Draußen ist nichts. Draußen kommt es hier ja nicht weiter. Und ich habe es auch, wie gesagt, schon mit No Clip hier eigentlich schon abgeklappert. Es ist hier wirklich nichts. Ey, das ist zum Kotzen, dass ich bei diesem Game echt No Clip suchen muss, ja? Weil es hier einfach mal so dumm gemacht ist, dass man hier nicht weiterkommt. Aber wie gesagt, ich schätze mal, hier ist eh Levelende. Die haben hier nicht mehr rausgebracht. Also muss ich mal sagen, beenden wir das hier auch. Ich gebe jetzt mein Fazit ab zu dem Spiel und dann Belasmod auch dabei. So, mein Fazit. Ja, nee. Ich glaube, mein Fazit kann ich mir schon fast sparen, weil ihr müsstet das eigentlich schon die ganze Zeit gehört haben, wie doll es mir gefällt. Und wie gelungen das Spiel doch eigentlich ist. Also bloß nicht. Downloadet euch das bloß nicht. Das hat sowieso keinen Sinn, weil ohne No Clip, was dann auch gar keinen Spaß macht, weil das dann irgendwie auch gar keinen Sinn hat, kommt hier durch dieses Game eh nicht durch. Und durch gibt es noch nicht mal. Ja, nee. Freunde, ist nicht drin. Also lasst es lieber. Downloadet euch das gar nicht erst. Das Spiel ist echt auch storymäßig auch eingegweilig, finde ich. Meiner Meinung nach. Aber okay. Gut, Freunde. Wie gesagt, ich beende das Spiel hier auch wieder. Das hat nur wieder lächerliche zwei Parts gehabt. Aber es kommen jetzt bessere endlich. Zum Glück. Und ich freue mich schon auf nächsten Mod und ich hoffe, dass ihr auch wieder dabei seid. Und ja, Freunde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ja wisst ihr, aber abonniert mich. Okay. Tschüss.